Herzlich willkommen zu Part 52 von Let's Play The Sims 4, Anna Legacy. Wir sind hier wieder zurück mit unserer wunderbaren Familie Fukuda. Und im letzten Part haben wir realisiert, dass die Zeit ganz schön schnell davonläuft. Denn wir haben im letzten Part tatsächlich die Benachrichtigung bekommen, dass Aurors Zeit auf dieser Erde zu Ende geht. Ich meine, es ist klar, dass das irgendwann passiert. Weil ich meine, Auror sollte eigentlich schon gar nicht mehr hier sein. Aber diese Meldung zu bekommen, hat trotzdem einfach nur unglaublich weh. Annie wird auch in ein paar Tagen zum Senior und das ist einfach alles sehr belastend. Aber wir genießen natürlich die Zeit, die wir jetzt noch haben. Es hilft ja nichts wegen morgen schon zu weinen, wenn man einfach den Tag heute genießen kann. Deswegen werden wir heute noch einen wunderbaren letzten Urlaubstag hier mit der Family verbringen. Und dann werden wir wieder nach Hause zurückkehren und ich freue mich schon sehr. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir starten jetzt rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Let's go! Also hier vor uns sehen wir unsere wunderbare Annie. Sie ist gerade noch ein bisschen gestresst. Ihr wisst, Annie ist voller Ängste und jetzt gerade hat sie hier ein bisschen einen kleinen Stressfaktor, weil sie über verpasste Gelegenheiten nachdenkt. Es kann frustrierend sein, wenn eine einfache Sache missachtet wird. Also sie hat aktiv gerade nur die Angst vor unerfüllten Träumen. Hör mal, das ist ja einfach ein Träumchen. Aber so ein bisschen Angst gehört ja auch zu Anna dazu, ne? Zu Anna, zu Annie. Die anderen schlafen alle noch, aber ich habe mir gedacht, weil eben jetzt die letzten paar Stunden in diesem Urlaub angeschlagen sind, werden wir jetzt nochmal ein richtig schönes Frühstück servieren, werden nochmal ein Omelette, würde ich sagen, machen. Und dann können die anderen nämlich noch in Ruhe ausschlafen. Sie möchte freundlich zu Aura sein. Wir werden sowas von superfreundlich zu Aura sein, ich sag's dir. Ich kann das nicht verkraften, ne? Also ich meine, Uli ist ja jetzt auch schon Senior und das Ganze ist einfach Belastung pur. Oh, Aura, weißt du, ist es wirklich nicht nett von dir, wenn du dir einfach... Sag mal, was hast du denn? Sie ist angespannt wegen Leistungsschwach, weil lieber in Meilenstein nachgedacht hat, hat Aura Peony wirklich genug aus ihrem Leben gemacht? Sag mal, Girl, du hast einen eigenen Laden, du hast eine tolle Tochter geboren, tollen Sohn geboren. Also bitte, mehr braucht man auch nicht im Leben. Spaß. Aber was ihr geschrieben habt, fand ich sehr interessant, weil Aura und Ray sich ja so gut verstehen. Aura ist ja basically genauso aufgewachsen wie Ray. Aura wurde ja auch immer sehr isoliert und durfte immer nicht raus und durfte keine Freunde haben und so weiter. Und deswegen ist es irgendwie voll schön, dass Ray und sie eben so eine besondere Verbindung haben. Und das ist euch aufgefallen. Und ich hoffe, dass sie wenigstens noch ein paar Tage mit uns hat. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig schön. Ich meine, das heißt ja nichts, dass das da oben steht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe noch nicht so mit so vielen Senioren gespielt. Aber ich glaube, das heißt ja jetzt nicht, dass sie heute direkt stirbt, oder? Also ich hoffe es zumindest. Und sie möchte mit Arouge plaudern und eine Pizza bestellen. Eine Sekunde noch. Das Essen ist gleich fertig, Madame. Okay, Food is ready. Dann werden wir das mal wieder auf den Tisch stellen und alle zum Essen rufen. Einmal aufwachen, bitte. Es gibt Futter. Okay, Annie. Achso, ja genau. Es ist heute Sommersause, was ich auch super cool finde. Und deswegen habe ich mir gedacht, können wir vielleicht, wenn wir zu Hause sind, mal wieder Janet und ihre Familie einladen, dass wir die zum Grillen einladen und einfach eine gute Zeit verbringen. Ray, ah ah, Ray. Hier steht Essen. Guck mal da. Lecki, lecki. Oh, okay. Während wir noch am Essen waren. Oh Gott. Ist unsere Zeit abgelaufen und ich kann Olis Sachen nicht mehr einsammeln. I hate my life. Wir sind ja reich, ne? Leute, was soll's. Home sweet home. Oh shit, wir haben Olis Bett auch mitgenommen. Oh Mann, ey. Aber das ist auch wirklich fies und gemein, weil man weiß ja immer nicht, wann das vorbei ist. Okay, ich hätte es vorher einpacken können, aber kann ja keiner mit rechnen immer. So, ein Napfi und ein Bettchen. Tada. Ist gerade mal aufgefallen, dass unser Bonsai-Baum gewachsen ist. Ich habe den überhaupt nicht mehr beachtet, der Arme. Können wir den jetzt irgendwie schneiden oder so? Wir verkaufen mal die Bonsai-Knuspe. Das war ja Hinatas Aufgabe. Während seiner Midlife-Crisis hat er sich ja gewünscht, dass er einen Bonsai-Baum pflanzen kann. Den werden wir jetzt mal... Oh, okay. Unser Hamster ist schon wieder atomare Rückstände erforschen. Alles klar. Das ist natürlich auch äußerst nett von uns, dass wir unseren Hamster ganz alleine gelassen haben. Aber der war natürlich bestens versorgt. Seht ihr? Aufmerksamkeit zufrieden, Aktivität zufrieden. Alles super. Ich sehe aber gerade, dass Ray hier gerade ein Chaos veranstaltet. Und das passt Mama Annie natürlich überhaupt gar nicht. Deswegen wird hier einmal kurz gemaßregelt. Und zwar... Ach, wir hatten ja schon was mit der Auszeit, ne? Ja, komm. Du kriegst jetzt eine Auszeit wegen angerichtetem Chaos. Oh, oh. Pfff. Oh, die arme Maus. Naja. Oh, Ray ist jetzt ganz traurig darüber. I'm very sorry, Ray. Äh, unser Hamster ist gerade irgendwie ein bisschen explodiert. Naja. Ray sitzt jetzt ganz traurig am Klavier und übt ein bisschen Pianospielen. Mir ist auch gerade nochmal die Sache mit dem Privatclub eingefallen. Dass Ray ja da an so eine skurrile Gruppierung geraten ist übers Internet. Und dann eben gefragt wurde, ob er Teil des Ganzen sein möchte. Übrigens, apropos er, apropos Pronomen. Ihr habt mir geschrieben, weil ich das ja sowieso dauernd durcheinander bringe, dass es ja auch einfach so sein könnte, dass Ray sagt, dass es quasi egal ist, welche Pronomen man benutzt. Und ihr habt mir auch noch eine Mod empfohlen, die finde ich auch sehr, sehr cool. Die werde ich mir auf jeden Fall runterladen, womit man so die Transition sehr gut verkörpern kann, sage ich mal. Finde ich sehr, sehr cool. Werde ich auf jeden Fall runterladen. Also vielen Dank für den Hinweis. Und ja, was ich aber eigentlich sagen wollte, dass diese Gruppierung eben dann so sagt, ja, also um Teil von uns zu sein, musst du 10.000 Simoleons bezahlen. Und naja, dann werden wir dir helfen, in deinem Leben großartig, erfolgreich und unabhängig zu sein. Und du wirst nie mehr auf das hören müssen, was deine Eltern dir sagen. Und Ray ist gerade so getrieben von dieser Unsicherheit, dass er halt nicht so sicher ist, ob seine Eltern wirklich das Beste für ihn wollen und so weiter und so fort. Deswegen denkt Ray dann eben, das wäre gut, wenn man da 10.000 Simoleons rein investiert. Ich meine, er wird auch zu Hause unterrichtet und ihm hat ja noch nie jemand beigebracht, dass 10.000 Simoleons sehr viel sind. Also alles, was Ray weiß, ist, wie man Klavier spielt und Bilder malt. Nein, Spaß. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Und Aura macht jetzt erstmal hier wieder ein bisschen Yoga nach dem Ausflug mit der Familie. Sie fand es ja auch sehr schön, aber sie ist ja leider ein bisschen mit Annie aneinander geraten, weil sie sich nicht ganz sicher, ganz einig bei der Erziehungssache sind. Und eigentlich hat Aura sich dann natürlich nicht einzumischen, aber naja, sie sieht die beiden so ein bisschen in einem Misere rennen. Also Hinata und Ray, äh, Hinata und Annie, wollte ich sagen. Jetzt will uns hier jemanden die Social-Media-Karriere holen. Ich glaube, da bin ich nicht die richtige Person für. Ich habe mir auch überlegt, weil wir ja die ganze Zeit überlegt haben, okay, warum wird das zwischen denen alles so auseinanderfallen? Also, dass Ray dann eben nicht mehr bei den Eltern sein möchte und so weiter. Und ich habe mir gedacht, dass vielleicht, weil Ray ja jetzt so ein bisschen, so einen kleinen Ticken rebellisch wird, dass sie sich deswegen halt zerstreiten. Auch dann wegen den 10.000 Simoleons und sowas. Und dass Ray dann eben denkt, dass es das Beste ist, wenn man ein neues Leben anfängt. Und Ray hat jetzt schon Level 9 der Kreativitätfähigkeit erreicht. Das ist einfach so krass. Wow. Mega, mega cool. Hä, guckt mal, wenn ich mich Hinata hier auf die Staffelei drücke, kommt da nachdenken. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Okay, er denkt wirklich einfach nach. Alright, mach du mal ein Landschaftsgemälde und dann werden wir, oh, okay, alright. Habt ihr schon mal eine Oma gesehen, die so gelenkig ist? Dann werden wir jetzt gleich einmal eine kleine Sause planen. Beziehungsweise, wir werden die Familie einfach einladen, weil wenn ein Feiertag standfindet, können wir ja keine Party planen. Und dann werden wir nämlich zusammen den Abend ausklingen lassen. Wir haben gar keinen Grill, ne? Hör mal, das ist ja, also das geht ja gar nicht. Wir brauchen nur einen Grill. Aber irgendwie ist unsere Terrasse auch zu klein, habe ich das Gefühl. Oder wir schieben den Tisch so ein bisschen rum. Ne, das ist trotzdem zu klein. Also dieser Tisch war ja sowieso nur für den Geburtstagskuchen. Was ist das denn hier? Diese Couch gibt es doch bestimmt auch in kleiner, oder? Aha. Dann kaufen wir die nämlich jetzt ein bisschen kleiner und stellen die dann hier in die Ecke. Und dann können wir nämlich daneben noch einen Grill stellen. Uh, der ist ja auch krass. Der ist ja hübsch. Der sieht richtig schön aus. Dann stellen wir den hier so hin. Ich hoffe, das passt. Oder wir stellen die Lounge so hin. Das passt ja auch. Weil die Tür geht ja eigentlich nur bis da. Ja, sopa, Hör mal. Okay, was brauchen wir noch für eine richtig gute Sause? Warte mal, was haben wir denn noch als Feuer? Ja, so ein bisschen was zum Planschen, ne? Wisst ihr, was mir immer aufgefallen ist? Früher habe ich immer als allererstes einen Pool in den Garten gemacht, ne? In meinen Let's Plays, aber auch so privat, wenn ich Sims gespielt habe. Und jetzt kriegen meine Sims irgendwie nie mehr einen Pool. Die Armen. So, es gibt ja jetzt von Zusammenwachsen diese Planschdinger, ne? Wasserspielmatten, Sprinkler. Das können wir doch hier so hinstellen. Oder sollen wir das noch mit auf den... Wir stellen das noch mit in den Sandkasten. Obwohl, ich glaube, wir machen es doch auf die Wiese. Und dann kommt da, glaube ich, einfach noch so ein Sprinkler drauf. Ich glaube, so ist das richtig. Ich habe das noch nie gemacht, Leute. Also bear with me, please. Aber dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Wasserspaß-Action. Traumhaft. Was ist das? Es klappt, wie cool. Okay, Wassersparen. Wir machen mal ganz kurz wieder aus. Und werden dann jetzt ein... Ach so, nee. Keine Party, Nina. Wo seid ihr denn? Ach so, hier. Dann geht mal schnell wieder nach Hause. Und dann werden wir nämlich Janets Familie einmal einladen. Du kommst vorbei. Ach so. Ich dachte gerade, warum kennt Annie denn nicht die Familie von Janet? Aber ich habe auf Aura gedrückt. Ich bin einfach toll. So, du kommst vorbei. Elena ist aber schon Teenager. Dann kriegen die direkt... Ach so, wissen wir ja auch schon. Wir haben die ja schon umgestylt. Oh mein Gott, ich bin so lost. So, du kommst auch vorbei. Okay. Wir können leider Enrico nicht einladen. Warum auch immer. Aber macht auch nichts. Der hatte halt heute Fußballtraining. Am Feiertag. Dann ist er halt zum Fußballspiel verabredet. So. Dann können wir jetzt mal das schon anmachen. Und dann kann Ray ja vielleicht mal hier rausgehen. Und ein bisschen im Wasser spielen. Ray, ich glaube, du hast genug Klavier gespielt. Süß. Hi, Willi. Hello, hello. Okay, Arush ist schon wieder ein bisschen angespannt, aber macht auch nichts. Hör auf, mich an zu schreien. Okay, es macht doch was. Hör auf. Ich wollte doch nur einen Lautsprecher für draußen. Wie immer. Sommerhits. Jetzt geht die Sause los. So nehme ich. Und guck mal, Aura spielt auch mit. Stinkt auch ein bisschen. Aber deswegen spielt sie ja jetzt hier im Wasser. Süß. Okay, und Hinata, weil er natürlich der Mann ist, haben wir ja auch im Urlaub schon gemacht. Muss er jetzt grillen. Ist natürlich ein Scherz, Leute. Aber er wird das jetzt einfach mal machen. Und zwar wird er heute... Er wird Veggie-Burger vorbereiten. Och, guck mal. Die holen schon die Drinks hier raus mit der eigenen Tochter. Wer bist du? Laura Braun, kannst du bitte in Ruhe lassen. Wir versuchen hier eine Familienfeier zu veranstalten. Okay, und Annie wird natürlich dann jetzt sich nochmal mit Janet unterhalten. Gerade auch, weil das so kompliziert war im Urlaub. Weil Aura ihr auch da so viel reingeredet hat und sowas. Deswegen werden wir jetzt dringend mit ihr reden müssen. Und werden ihr mal eine dramatische Geschichte erzählen. Und ja, ihr sagen, dass wir sehr froh sind, dass wir jetzt wieder unsere Freundin haben. Um uns eben mit ihr unterhalten zu können, werden sie dann einmal liebevoll umarmen. Und ich glaube, wir hatten echt erst sehr selten eine so gute Freundschaft und so eine beständige Freundschaft wie die von Annie und Janet. Und ich finde das einfach richtig, richtig toll. Vielleicht können wir dann nochmal über Erziehungstipps reden. Ich bin mir sehr sicher, dass Janet das eigentlich auch nicht so toll findet, was Annie und Hinata sich alles so überlegt haben bezüglich der Erziehung von Ray. Aber sie versucht das eben immer so vorsichtig wie möglich auszudrücken. Und dann werden wir jetzt noch ein paar gegrillte Früchte vorbereiten. Schön, sehr, sehr schön. Aw, und Ray mag Comedy. Das ist sehr, sehr süß. Und guck mal, Auras Wunsch wird jetzt auch erfüllt, weil Aura sich wünscht, mit Arouche zu plaudern. Das werden wir dann natürlich jetzt auch mal machen. Wir werden uns einmal fröhlich vorstellen und gucken dann mal, ob ihr Wunsch dadurch erfüllt wird. Guck mal, traumhaft. Warum auch immer sie sich das gewünscht hat, ich verstehe das nicht. Und jetzt wünscht sie sich... Oh mein Gott, das ist so süß. Natürlich weiß ich, warum sie das machen wollte. Sie will die Freunde von ihrer Tochter kennenlernen. All das, was sie verpasst hat, will sie jetzt nachholen. Und deswegen will sie Arouche kennenlernen. Sie möchte mit Janet mehr reden. Oh mein Gott, das ist so süß. Ach, süß. Guck mal, jetzt unterhalten sich hier die Männer. Die kennen sich auch noch nicht so richtig, ne? Da werden wir die zwei sich jetzt auch mal ein bisschen unterhalten lassen. Können sich auch mal ein bisschen kennenlernen. Und können dann... Kann sie mal sagen, der hat einen wirklich tollen Bart. Ach, er ist paranoid. Das habe ich vergessen. Deswegen hat er eben so rumgeschrien. Und guck mal, die erfüllen die ganzen Sachen von dem Feiertag. Das ist so süß. Die haben eine richtige Versammlung hier vorm Haus. Sweet. Ich mag Willi auch irgendwie voll gerne, ne? Ich finde, er ist so ein cooler Charakter. Schön. Sehr, sehr schön. Ihr wisst, ich liebe einfach solche Partys, ne? Ich liebe es, wenn die Familie zusammenkommt. Vielleicht können die beiden sich ja jetzt noch mal ein bisschen unterhalten. Jetzt, wo die hier mal so schön zusammensitzen, werden wir jetzt noch mal eine tiefgründige Unterhaltung führen. und werden uns noch mal über die ganze Sache mit Ray unterhalten. Warum gehst du jetzt rein? Besprecht ihr das Ganze im Schlafzimmer oder was macht ihr? Janet ist gerade zur Seniorin geworden. Nein. Ich habe doch gesagt, ich kann das nicht. Du. Janet. Okay, Janet, du kriegst direkt ein Omium-Styling. Es tut mir sehr leid, dass du da jetzt so drunter leiden musst. Und ich glaube, sie würde sich auch so ein bisschen Filler ins Gesicht machen lassen. Bin ich mir sehr sicher. Aber so ein bisschen Falten und Anzeichen der Alterung wird sie jetzt bekommen. Arouge ist auch schon ein Senior. Ach du heiliger Stroh, sagt die Invasion der Senioren. Ich sag's euch. Okay, jetzt gibt's erstmal... Falten für Arouge. Klingt wie so eine Conny-Episode, ne? Ne, nicht Conny. Spongebob. Spongebob-Schwammkopf und die Falten für Arouge. Spaß, okay. Bin fertig. Aber die sind schon sehr gut. Ach so, hier gibt's noch verschiedene Varianten. Ich fand die ersten eigentlich schon voll gut. Damit sieht er schon ein bisschen älter aus. Und jetzt gucken wir mal bei Janet. Och, Janet Girl. Wie gesagt, ich glaube, sie würde sich so ein bisschen straffen lassen. Ich schätze sie einfach so ein. Oh mein Gott. Und sie ist wirklich einer der schönsten Sims, den wir je hatten. Aber man sieht ihr wirklich auch mit Skin schon an, dass sie älter geworden ist. Das ist einfach nur toll. Ach, das nimmt ihr den ganzen Skin runter. Das ist natürlich doof. Okay. Also ich habe jetzt ihren Skin ändern müssen, weil man sonst die Falten nicht sieht. Das fiel mir wirklich schwer. Aber es muss sein. Und eigentlich, also ich finde ihre Outfits eigentlich voll geeignet so zum Senioren-Dasein. Okay, vielleicht das können wir mal ein bisschen ändern. Guck mal, hier kriegst du jetzt so einen tollen Jogginganzug. Oh mein Gott, das sieht fantastisch aus. Hier kriegst du jetzt mal so eine tolle Robe. Ich glaube, das wäre was, was Janet tragen würde. Okay, das müssen wir definitiv ändern. Also das ist absolut nicht Senioren-gerecht. Heute wird's geil, Kapitän. Das war auch, also, puh. Das war lange überfällig, dass wir das Outfit ändern, Leute. Das hat Stil. Nur die Schuhe passen da nicht so zu. Vielleicht ziehen wir ihr da ein bisschen was anderes an. Und vielleicht läuft man als Senior auch nicht mehr in so hohen Haken, ne? Das muss halt schon noch Janet sein. Sowas vielleicht. Ja komm, das ist süß. Dann noch ein schöner Badeanzug. So. Mal hier jetzt einfach so ein weißes T-Shirt an. Och Mann, das soll in die Hose reingesteckt sein. Weil die Hose finde ich toll. Aber das muss da reingesteckt sein. I don't make the rules. Ach, das sieht doch toll aus. Süß. Okay, und dann, ja, das Outfit kann bleiben. Ach, Janet. Du siehst immer noch so gut aus wie hier an Tag 1. Oh Gott. Ich finde es ja auch ein bisschen unfair, dass Annie die Falten schon bekommen hat und Janet erst jetzt. Aber ich meine, bei den einen sieht man die Alterung früher, bei den anderen erst ein bisschen später, ne? So ist das. Und Ray hat sich jetzt ein bisschen zurückgezogen. Und während alle abgelenkt sind, hat Ray dann eben eine Nachricht bekommen. Arush, kannst du mal bitte weggehen? Arush, wir müssen an den PC. Ich muss mich jetzt hier hinsetzen. Hat Ray eben eine Nachricht bekommen. Ray, also wir wollten nur mal ganz kurz nachfragen, wo das Geld ist. Du weißt schon, damit wir unseren Club noch ein bisschen besser aufbauen können. Du weißt, damit wir dir ein tolles Leben ermöglichen können. Naja, es wäre so, es wäre gut, wenn du uns das Geld so schnell wie möglich überweisen würdest. Und fragt mich jetzt nicht, wie Ray an dieses Geld gekommen ist, aber er, also Ray ist ja ein schlaues Kind, hab zwar eben was anderes gesagt, aber egal. Er hat sich natürlich einfach die Kreditkarte genommen von Mama und Papa. Und deswegen werden wir dann jetzt einmal chatten mit Michael Schwartz. Ich glaube, er ist nämlich auch in einem Club, richtig? Yes. Und dann werden wir, oh mein Gott, das ist auch so gemein, ne? Aber wir werden jetzt einmal hier unten drauf drücken und 44.040 Simoleons eingeben. Das heißt, uns fehlen nun, ach Quatsch, ich wollte ja 10.000 Simoleons, das wird ja kein Mensch merken, 34.040 Simoleons. Set it. Oh, jetzt habe ich die 1.000 Simoleons auch noch aufgezogen, aber das waren die Bearbeitungsgebühr. War die Bearbeitungsgebühr, haben die dann auch noch gesagt. Achso, es sind übrigens jetzt, weil du hast ja jetzt ein bisschen länger gebraucht und naja, da sind jetzt noch Bearbeitungsgebühren entstanden und deswegen sind es jetzt 11.000 Simoleons und Ray denkt sich so, okay, wenn ihr das sagt und ja, jetzt ist er da noch am Schreiben und äh, warte mal, was macht ihr da? Äh, ich habe ein bisschen Sorge. Die zwei sind mir ein bisschen zu kokett. Passt bitte auf. Oh mein Gott, ich liebe Ora so sehr, ne? Ich kann das nicht verkraften, wenn diese Frau von uns gehen wird. Ray ist jetzt wählerisch beim Essen. Oh mein Gott, okay. Aber das war doch eine schöne Nachmittagssause. Und jetzt werden wir zum Ende des Tages noch das Feuer anzünden, damit wir das dann auch noch erfüllen hier oben. Das fände ich auch richtig schön. Und Annie ist jetzt gerade hier hochgekommen und hat so gesagt, ähm, Ray, was machst du am Computer? Du weißt, du darfst nur eine Stunde am Tag an den PC außerhalb deiner Schulzeiten. Und Ray sagt, äh, nichts, Mom. Ich hab nur noch kurz geguckt, ob ich alles richtig gemacht habe für die Aufgabe, die du mir gegeben hast. Weißt du, für morgen. Okay. Ja, ja. Ich, äh, ich glaube dir. Wir werden eine Fantasiegeschichte erzählen. Willst du mal? Das ist ja ausgedacht. Ähm, es ist keine Lüge. Es ist Fantasie. Und dann sagt Ray, Mom, ich muss mich jetzt ganz schnell um Pascal kümmern. Deswegen, äh, ja, ich muss jetzt weg. Und dann werden wir mit Pascal reden. Und somit unser schlechtes Gewissen ein bisschen verbessern. Und Ray hat jetzt auch Level 7 der Sozialfähigkeit erreicht. Das ist so krass. Das ist wirklich richtig, richtig krass. Okay, und Annie hat sich schon gedacht, dass diese Konversation irgendwie ein bisschen komisch war. Aber sie wird jetzt einfach hier zum Feuer gehen und sich mit dorthin setzen, damit sie den Abend genießen können. Und wie gesagt, der Urlaub war für alle irgendwie auch ein bisschen stressig, dadurch, dass sie so viel Streit hatten. Und sie wollte Ray jetzt nicht schon wieder verunsichern. Ray, kommst du? Das Feuer ist an. Oh, oh mein, okay. Ray, geh lieber schnell. Oh mein Gott. Mamu und Daddy brauchen ein bisschen Zeit zu zweit. Heide Witzker. Aber guck mal, wir hatten lange nicht mehr einen so erfolgreichen Feiertag. Also bei Aura gibt's den Feiertag irgendwie nicht. Warum auch immer. Aber bei den anderen. Oh mein Gott, das ist sehr, sehr süß. Und Ray sitzt hier und ist so ein bisschen unsicher, was da jetzt gerade passiert ist. Weil er hat den anderen von der Gruppe nochmal geschrieben, so, ist das Geld angekommen? Und wie geht es jetzt weiter? Und plötzlich antworten die nicht mehr. Und naja, Ray denkt sich, ja, ist ja heute auch Feiertag. Ist ja auch in Ordnung, dass sie vielleicht mit ihrer Familie zusammen sind und abgelenkt sind. Und ich verbringe jetzt einfach auch Zeit mit meiner Familie und versuche nicht so viel darüber nachzudenken. Oh mein Gott. Ach man, das ist alles so toll. Die zwei werden sich jetzt richtig schön unterhalten. Und dann, warte mal, man kann doch hier, also sie kann Ray in Pflanzenkunde unterrichten. Das werden wir jetzt auch mal machen. Können die sich noch ein bisschen darüber unterhalten? Auch schön. Oh Mann, das ist richtig toll. In dieser Familie können wir immer richtig schöne Feiern veranstalten, ohne dass Leute sterben. Also ich meine, wir hatten hier auch schon Zwischenfälle und Janet ist jetzt heute auch zum Senior geworden und so. Aber trotzdem klappt das richtig gut und ich bin richtig froh. Ist das okay, wenn ich jetzt schon ins Bett gehe? Ich bin ein bisschen müde. Ja, okay, Ray, geh hoch. Und dann wird Ray sich nochmal ganz kurz an den PC setzen und nochmal gucken, ob irgendwer auf die Nachrichten antwortet. Ray wird jetzt mal Lucas Alvarado anschreiben und fragen, ob alles in Ordnung ist. Ei, 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 ei. Die zwei sind richtig am Flirten hier, auch wenn Hinata sich zwischendurch so denkt, boah, gar kein Bock auf die Frau. Okay, und Annie wird jetzt gleich hochkommen. Deswegen muss Ray ganz schnell aufhören, am PC zu sitzen und einfach ganz schnell ins Bett laufen. Geh schnell aufs Toilette. Okay, Annie hat es nicht mitbekommen. Und dann ganz flott ab ins Bett. Und Hinata, es wäre super, wenn du nochmal Oli baden könntest, bitte. Die Sommersause war erfolgreich. Schön. Das freut mich sehr, sehr doll. Und an dieser Stelle werde ich dann auch diesen Part beenden. Ich bin so gespannt auf das, was nun folgen wird und wie die ganze Beziehung so ein bisschen in die Brüche gehen wird zwischen Ray, Annie und Hinata. Also ich meine, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tage, bis Ray zum Teenager wird. Das heißt, wir sind wirklich in den letzten Zügen auch von Annie Legacy. Also nicht nur vom See the World Let's Play. Das ist total verrückt. Also krass, dass diese zwei Let's Plays jetzt so parallel zu Ende laufen. Und dann geht es weiter mit Rays Geschichte. Darauf freue ich mich riesig. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr noch irgendwelche Ideen habt. Gerade auch jetzt, was diese 10.000 bzw. 11.000 Simoleons angehen. Wie wir das mit der Gruppe machen sollen und was es da für Intrigen gibt und so weiter. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich riesig drüber. Und ansonsten wünsche ich euch dann jetzt noch einen wunderbaren, wunderbaren Tag. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi. Mwah.